Sie hören nun ein Interview mit dem Musikproduzenten Ralf Siegel, auch Mr. Grand Prix genannt. Er steht immer unter Strom, auch beim Gespräch mit Leonard, dem Kulturmagazin fürs Bayerische Oberland. Seit 40 Jahren prägt Ralf Siegel nun schon die Unterhaltungsszene. 2000 Lieder hat der 62-Jährige komponiert und produziert. Geboren ist Siegel am 20. September 1945 in München als Sohn eines Musikverlegers und einer Sängerin. Als Kind lernt Siegel Akkordeon, später Gitarre und Klavier. Mit zwölf Jahren schreibt er erste eigene Lieder. Er besucht Internate in der Schweiz und in England. Nach dem Tod seines Vaters 1972 übernimmt er dessen Musikverlag. Zu diesem Text sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Nach jedem Abschnitt hören Sie ein Signal. Nun hören Sie den Text. Herr Siegel, am 6. März wird wieder der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest ausgewählt. Damit habe ich nichts zu tun. Sie haben keinen Schlager am Start? Wir haben etwas eingereicht. Der NDR hat sich aber leider anders entschieden. Ich muss wohl wieder auf nächstes Jahr warten. Und für ein anderes Land sind Sie nicht aktiv geworden? Ich habe ein nettes Lied nach Malta geschickt. Da waren wir dann unter den letzten 20. Schauen Sie, inzwischen werden etwa 10.000 Lieder angeboten. Das ist eine lange, lange Prozedur. Es ist ein ganz schwerer Wettbewerb von inzwischen 43 Ländern geworden. Die Welt geht für mich deshalb nicht unter. Die Welt geht für mich deshalb nicht unter.